Maria Adam hat in jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit ein Ernährungsprogramm nach Hildegard von Bingen erstellt, das gesundheitsfördernd und zugleich gesundheitserhaltend wirkt. So entstanden viele Rezepturen, vom Frühstück bis zum Abendessen, darüber hinaus Einreibungen, Öle, Salben und Tropfen. Unter strenger Kontrolle werden in den Produktionsstätten am Hildegardhof diese allergiefreien Naturprodukte liebevoll produziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017